Genau genommen ist ja die Wiesn immer das Gleiche. Bloß das Bier wird immer teurer. Naja, was wird nicht teurer? Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, wo die Mastbier 15 Pfennig kostet. Ah, da sind wir schon. Was kriegen wir denn? 6,85 Mark. Aha, da. Ja, stimmt schon. Dankeschön. 15 Pfennig, eine Mastbier. Und wo wir für 2 Mark mit dem vollen Bauch von der Wiesn nach Hause kommen wollen. Das ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar. Das ist ja dann. Prost.